Der Hofgarten, ein 1613 entstandener Renaissance-Garten auf der Nordseite der Münchner Residenz. Mit seinem großen Tor direkt am Modeonsplatz ist er ein Refugium für alle Ruhesuchenden. Mitten in der Münchner Hektik findet man hier immer einen Grund zum Verweilen. Sei es um einen Cappuccino zu genießen, ein wenig spazieren zu gehen oder im Sommer den Bullspielern auf der Nordseite des Platzes zuzuschauen. Oder wie heute, trotz eines eher tristen Oktobertages oder möglicherweise gerade deswegen, den Klängen einer Klarinette zu lauschen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017